Leute, das ist nicht mehr zu fassen, was hier abgeht. Guckt euch das einmal an. Man sitzt hier in seinem Fenster, man hat einfach auch nur Angst, was hier los ist. Ja, es ist nicht normal. Wer denn dort wird um das Leben von neuen Leuten gerungen? Das tut uns schrecklich leid. Wie das mit dem Festival weitergeht, schaut ins Internet oder sonst irgendwo. Und wir werden das heute Nacht entscheiden, ob es weitergeht oder ob wir es absagen. Das hängt ganz entscheidend von der Lage am Frohnhof ab. Ich finde, ihr macht das gerade total toll. Schön, langsam, in aller Ruhe da raus. Total lieb, total lieb. Und wisst ihr, was ihr auch nochmal machen könnt? Bitte noch einen allerletzten Applaus. Es ist mal wieder passiert. Es gab wieder einen Terroranschlag. Terroranschlag. Und ich spreche bewusst von einem Terroranschlag und nicht nur von einem Anschlag. Jetzt wird unterschieden zwischen einem Anschlag und einem Terroranschlag. Aber dazu später mehr. Was ist passiert? Freitagabend in Solingen bei der 650-Jahr-Feier und ausgerechnet beim Fest der Vielfalt, hat einer oder vielleicht auch mehrere Täter, sind zu diesem Fest und haben wahllos auf Menschen eingestochen und dabei drei Menschen getötet, weitere acht verletzt, davon fünf schwer. Und es gibt jetzt schon wieder unzählige Sachen, die einen wirklich nur extrem aufregen und wütend machen, wenn man sie betrachtet. Das fängt schon an bei der Medienberichterstattung, wie die Medien damit umgehen. War das ein Anschlag, den man verübt hat, weil man beispielsweise vielleicht gegen Ausländer ist? Also da gibt es diverse Möglichkeiten, die dahinter stehen. Dann geht es weiter mit den Statements der Politiker. Diese immer gleichen Statements, die irgendein Mitarbeiter verfasst, wo sie sich empören und schockiert sind und den heimtückischen Anschlag aufs Schärfste verurteilen. Bis hin auch zum Verhalten der Polizei, die dann sehr damit beschäftigt ist, zu warnen vor Spekulationen, die den Leuten verbieten will, eigene Handy-Videos im Internet zu verbreiten. Wo es dann den Eindruck macht, als die Polizei mehr damit beschäftigt ist, auf gewisse, ja, auf Political Correctness zu achten, als mit der Aufklärung der Tat selbst, beziehungsweise in dem Fall ist nicht mal der Täter oder die Täter gefasst. Ja, gestern Abend, während ich noch live gestreamt habe, sind die Eilmeldungen reingekommen. Und wir würden lügen, wenn es uns überrascht. Und diesmal ausgerechnet in der Klingenstadt Solingen, die ausgerechnet für ihre Messer bekannt ist. Und ich werde mich in diesem Video auf die Dinge fokussieren, die ihr eben nicht in den Mainstream-Medien lesen und hören werdet. Diese Lücke der Lückenpresse werde ich versuchen, mit diesem Video zu füllen. Denn meiner Einschätzung nach haben wir bereits genügend Informationen, die eindeutig in eine Richtung zeigen. Nämlich, dass dieser Anschlag in Solingen höchstwahrscheinlich einen islamistischen Hintergrund hat. Und natürlich soll man nicht wild herum spekulieren. Aber wenn wir bereits genügend Fakten haben über den Ort, über die Opfer, über den Tathergang, über die Tatwaffe, über die Täterbeschreibung und die Zeugenaussagen, dann kann man schon zu einer ersten Einschätzung kommen. Das heißt, das ist nicht irgendein wildes Herumspekulieren, sondern das ist die erste Einschätzung nach bereits genügend Informationen, die ganz klar in die islamistische Richtung deuten. Und ich finde es natürlich auch sehr, sehr interessant, dass genau die Leute, die dann immer gleich vor Spekulationen warnen und vor Musmaßungen und vor Verurteilungen, aber gezielt selbst die ganze Zeit spekulieren und von einem vielleicht rechtsextremen Anschlag, vielleicht aus Hass gegen Ausländer. War das ein Anschlag, den man verübt hat, weil man beispielsweise vielleicht gegen Ausländer ist? Also da gibt es diverse Möglichkeiten, die dahinterstehen. Spekulieren dürfen. Das heißt, nur bestimmte Spekulationen sind verboten und nicht gewollt. Wenn man über einen rechtsextremen Hintergrund spekulieren will, dann ist das überhaupt gar kein Problem und völlig berechtigt. Aber wenn es um Migranten geht, um radikale Islamisten, um einen islamistischen Hintergrund, dann sind natürlich jegliche Spekulationen zu unterlassen. Und der nächste Schritt wird sein, wenn sich alles bestätigt, was ich euch in diesem Video sage, und dann natürlich auch dann die AfD und so weiter es aufgreift und verurteilt, dann wird man die ganze Zeit damit beschäftigt sein, zu sagen, boah, wie könnt ihr nur, ihr nutzt den Anschlag und die Toten für politische Zwecke, ihr instrumentalisiert den Anschlag für politische Zwecke, wie könnt ihr bloß? Aber genau das machen diese Leute. Leute, wenn es mal anders herum ist, dann sind sie noch Monate und Jahre danach damit beschäftigt, solche Anschläge dann für politische Zwecke zu instrumentalisieren. Wenn man aber einfach nur von den Fakten spricht und sagt, so schaut es aus, das ist der Hintergrund, das ist der Täter, darum hat er das gemacht, dann ist das natürlich absolut verwerflich und ein Missbrauch für politische Zwecke. Und dieses Trauerspiel bei solchen Anschlägen läuft immer auf die gleiche Art und Weise ab, dass es einen wirklich schon anwidert. Erst einmal, es passiert ein Anschlag. Und dann Phase 1, Empörung, Bestürzung. Wir sind erschüttert. Wir verurteilen diesen Anschlag aufs Schärfste. Also genau die, die Attentäter und Terroristen und Kriminelle reingelassen haben und mitverantwortlich sind, das sind dann die Ersten, die zutiefst erschüttert sind, deren Gedanken bei den Opfern sind. Genau die, die eigentlich mitverantwortlich sind. Die schreien dann am lautesten und zeigen sich am meisten bestürzt über die ganze Sache. Phase 2. Warnung vor Spekulationen und Vorverurteilungen. Teilt bloß keine Videos. Spekuliert nicht. Stellt keine Mutmaßungen an. Sagt nichts über die Täterbeschreibung. Auch wenn die Täterbeschreibung eindeutig ist, wie auch in diesem Fall. Ich meine, schaut euch die Täterbeschreibung an. Wer schaut so aus? Auch das bestätigt ganz klar einen mutmaßlichen islamistischen Hintergrund. Denn die Täterbeschreibung deutet mir nicht so sehr auf einen rechtsextremen Terroristen, auf einen christlichen Terroristen, auf einen jüdischen Terroristen, auf einen Hindu-Terroristen. Ja, also wer bleibt da noch übrig? Während sie selbst spekulieren und versuchen manipulativ den Zuschauer bewusst in eine Richtung zu lenken, verbieten sie es aber den Leuten, die sagen, warte mal, wir haben bereits ausreichend Informationen, die schon in die islamistische Richtung hindeuten. Und die Vergangenheit lehrt uns, dass es zu 98% auch islamistische Anschläge sind. Und man versucht diese Phase der Ungewissheit, wo man am Anfang noch eben noch nicht so viele Informationen hat, oder wie zum Beispiel in dem Fall der Täter nicht mal gefasst ist, diese Phase der Ungewissheit versucht man möglichst lang zu ziehen. Bloß nicht spekulieren und dann sollen Tage da vorüber gehen und vielleicht auch noch eine Woche und so weiter. Weil je mehr Zeit vergeht, umso weniger sind die Leute schockiert, umso weniger reden die Leute drüber und es gerät so allgemein in Vergessenheit. Ich meine, wer redet noch über den Anschlag in Mannheim? Welche Medien berichten noch darüber? Welche politischen Diskussionen oder auch in den Medien gibt es noch darüber? Ja, also kaum noch, weil seitdem schon tausend andere Sachen passiert sind. Also diese Phase versucht man möglichst in die Länge zu ziehen. Dann Phase 3. Alles bestätigt sich, was die wilden Spekulanten anfangs gesagt haben. Und dann gibt man es klammheimlich zu. Oder man gibt es eigentlich nicht zu, sondern man tut so vollkommen unbeteiligt. Also das, wovor man gewarnt hat, die Vorverurteilungen und so weiter, die bestätigen sich dann. Und dann fährt man die Berichterstattung deutlich zurück. So war es bei Mannheim, so war es bei allen islamistischen Anschlägen. Dann ist es auf einmal nicht mehr die Top-Schlagzeile, sondern nur so nebensächlich. Ja, das ist der und der. Und der wurde jetzt gefasst. Und da wurde ein IS-Video gefunden. Und ein Testament. Aber man gibt der Sache dann diesen Anschlag nicht mehr dann die Aufmerksamkeit, wie jetzt am Anfang. Wo man noch die ganze Zeit sagen kann, ja, wir wissen nichts, wir wissen nichts, wir wissen nichts. Ja, man stellt sich taub, stumm und blind. Phase 4. Wir hätten es eh nicht verhindern können. Der Täter hätte eh nicht abgeschoben werden können. Ja, das war ein legitimer Flüchtling oder was weiß ich was, je nachdem welchen Status der hatte. Ja, und sich selbst von jeglicher Schuld reinwaschen. Alles lief rechtsstaatlich ab. Er ist rechtsstaatlich ins Land gekommen. Er hatte einen gültigen Aufenthaltstitel. Er war auch vielleicht nicht vorbestraft. Ja, kann ja auch sein. Alles lief rechtsstaatlich ab. Wir waschen unsere Hände in Unschuld. Wir haben damit nichts zu tun. Wir hätten eh nichts machen können. Tja, so ist das halt. Kann halt manchmal passieren. Oder jede Woche ein islamistischer Anschlag. Ja, was sollen wir machen? Können wir nicht verhindern? Ja, also hier wieder dann dieses, wir hätten eh nichts verhindern können. Und sich selbst dann die Hände dann in Unschuld waschen. Phase 5. Nicht mehr darüber reden und Gras über die Sache wachsen lassen. Ja, und nach einer gewissen Zeit interessiert es keinen mehr. Genauso wie eben kaum noch jemand zum Beispiel über den Anschlag in Mannheim spricht. Problem gelöst. Ja, und dann warten wir ab. Ja, dann warten wir dann die Monate oder mittlerweile werden ja die Zeitabstände immer kürzer. Dann warten wir halt eben noch ein paar Wochen ab und dann geht dieses Theaterstück, ja, und dieses Trauerspiel von Neuem los. Was Spekulationen betrifft, finde ich es interessant, dass man sich jetzt schon eindeutig darauf festgelegt hat, dass es nur einen Täter gab. Es gibt dieses Video von dem YouTuber WeichreitenTV, der auch vor Ort war und mit Zeugen gesprochen hat und zum Beispiel diesen Zeugen hier interviewt hat, der aber von Zweitätern spricht. Muss jetzt auch nichts heißen. Ja, Zeugenaussagen widersprechen sich immer wieder und das muss jetzt auch nicht heißen, dass dieser ausgerechnet dieser Zeuge alles gesehen hat. Aber wenn wir jetzt auch nichts wissen, frage ich mich, warum jetzt alle Politiker und alle Medien, alle einstimmig immer nur von dem Täter sprechen. Sie sagen einerseits, nichts ist aufgeklärt, wir wissen noch gar nichts, aber andererseits sprechen sie die ganze Zeit immer nur hier von Einzahl der Täter. Ja, ich denke, dass es zu früh ist zu spekulieren. Wieso legt man sich jetzt nur auf, wieso legt man sich dann auf den einen Täter fest? Ja, genau. Also ich habe nicht den Terroranschlag selbst miterlebt, sondern die beiden Täter sind an mir vorbeigelaufen und hatten darüber geredet, dass die die Menschen abstechen wollen und die Kehle aufstützen wollen. Daraufhin bin ich dann weitergelaufen beim Mühlenplatz zu der Bühne. Kannst du die Täter vielleicht in irgendeiner Form beschreiben? Wornach muss man da auf? Ich denke mal so türkische, marokkanische Herkunft so mäßig so und der eine hatte einen Vollbart mit Lücken drin und der andere hatte nur einen Oberlippenbart. Die waren beide schwarz angezogen. Der eine war etwas größer, der andere etwas kleiner. Sehr, sehr interessant fand ich auch das ARD-Interview mit dem ARD-Terrorismus-Experten. Die Polizei bezeichnet die Tat jetzt offiziell als Anschlag. Da ist nicht die Rede von Terroranschlag oder Amoktat. Wieso macht man diese Unterscheidung? Auf eine bestimmte Art von Anschlag. Es kann unterschiedliche Motivationen geben, politische, islamistische. Da ist eine Menge denkbar und zum jetzigen Zeitpunkt verbietet es sich deshalb, da schon von gesicherten Erkenntnissen zu sprechen. Es ist eine Menge denkbar. Was ist denn da denkbar, wenn jemand mit der Täterbeschreibung, die eindeutig darauf hinweist, dass es sich, man spricht ja die ganze Zeit hier von einem südländischen Typ, auch so um die Sache, damit die Sache so ein bisschen verschwommen wird, südländisch. An wen denkt man? Das könnte auch ein Spanier sein, ein Portugiese, ein Italiener, ein Grieche. Was soll bitte Südländer sein? Also das können wir auch sehr, sehr oft beobachten, dass Täter aus dem arabischen Raum, aus dem muslimischen Raum, dann als südländische Typen beschrieben werden. Ja, aber stimmt, vieles ist denkbar. Kann ja auch theoretisch ein Rechtsextremist sein, der einfach nur wie ein Südländer ausschaut. Und sehr, sehr interessant finde ich natürlich jetzt diese neueste Erfindung und Irreführung, dass man unterscheidet zwischen Terroranschlag und Anschlag. Was ist bitte da der Unterschied? Also ich glaube, mittlerweile kommen sie sich halt so blöd vor, von Messerattacke oder Vorfall zu sprechen, dass sie sagen, ja gut, jetzt gehen wir in eine Stufe höher. Anschlag, aber bitte noch kein Terroranschlag. Aber wir reden noch nicht von einem Terroranschlag. Was soll da bitte der Unterschied sein? Auf die Frage, warum man jetzt warnt, Social Media zu nutzen und hier Fake-Informationen zu verbreiten, gibt der folgende Antwort. Ja, aus dem Anfang Grunde, weil es sehr schnell zu Vorverurteilungen, Vorfestlegungen kommt. Für viele Menschen steht dann schon fest, worum es da geht. Und das ist eben ganz klar nicht der Fall. Was ist ganz klar nicht der Fall? Er sagt ja, für viele steht fest, worum es da geht. Und das ist ganz klar nicht der Fall. Also er spekuliert, dass, sagen wir jetzt, wir nicht recht haben. Aber seinerseits ist es doch dann auch nichts anderes außer eine Spekulation. Denn er kann jetzt auch keinen islamistischen Anschlag ausschließen. Wieso legt er sich aber fest, dass das jetzt hier ganz klar nicht der Fall ist? Es kann doch gut sein, dass wir, sage ich mal, recht haben. Und ich prophezeie, dass wir recht bekommen werden. Also hier wieder dasselbe. Er warnt vor Spekulationen, aber spekuliert gleichzeitig und tut so, als wäre jetzt ein islamistischer Hintergrund schon jetzt ausgeschlossen und sagt, ja, das ist ganz klar hier nicht der Fall. Dass die Motivation sehr unterschiedlich sein kann. Wir haben es sehr häufig mit psychisch gestörten Personen zu tun, wo auch keine islamistische Motivation zu erkennen ist. Also keine religiöse, keine politische Motivation. Und auch die Tatsache, dass der Täter gezielt jetzt in diesem Fall in den Hals gestochen hat, deutet nicht zwangsläufig in eine bestimmte Richtung, sondern zeigt eben nur, dass er genau gewusst hat, was er tut. Genau, alles psychisch gestörte. Ja, kaum ein Islamist. Einfach nur, ja, die zufällige Häufung von Amokläufen, von psychisch gestörten, mit was das zusammenhängt, ja, ist halt so jetzt der Zeitgeist ein Problem unserer Zeit. Einfach so. Wir tun jetzt einfach so, als wären wir blöd und wüssten nicht, mit was das zusammenhängt. Also, ich sage euch mal meine Einschätzung. Ich sage, aus folgenden Gründen deutet das auf einen islamistischen Hintergrund hin. Erst einmal der Täter. Ja, der Täter wird so beschrieben, wie die meisten islamistischen Terroristen aussehen. Natürlich haben wir auch blonde islamistische Terroristen, zum Beispiel Deutsche, die zum Islam konvertieren. Aber jetzt im Allgemeinen die Täterbeschreibung beschreibt jemanden, der nicht wie typisch rechtsextrem aussieht, ja, oder wie jetzt irgendein Deutscher, der jetzt einen Amoklauf begeht, sondern die Täterbeschreibung deutet auf einen islamistischen Hintergrund hin. So sehen viele dieser oder die meisten der Attentäter aus. Punkt eins. Punkt zwei. Die Zeit. Freitag. Ja, es ist mal wieder Freitag. Ich deute immer oder ich weise immer wieder darauf hin, dass, ich meine, der Freitag ist der islamische Feiertag und besonders beliebt für das Begehen von Anschlägen, ja. Das war auch übrigens beim Anschlag, beim Terroranschlag in Mannheim der Fall, der auch an einem Freitag stattfand und auch einige andere Terroranschläge, die freitags stattfanden. Ja, der Täter holt sich dann noch so sein Segen ab, ja, geht zum Freitagsgebet und begeht dann den Anschlag. Der Ort, ja, eine Menschenansammlung mit Musik, ja, lauter feiernde, tanzende, singende Ungläubige. Auch das passt und auch hier wieder kennen wir aus unzähligen anderen islamistischen Anschlägen genauso. Die Tatwaffe, der Tathergang, ein Messer, genauso wie in Mannheim und bei vielen anderen islamistischen Anschlägen und auch der Tathergang, ja, mit dem Messer gezielt Leuten, ja, in den Hals stechen, genauso was in Mannheim und genau, also genauso starb Ruwen, der Polizist, ja, bei Mannheim und auch, ja, einige andere Menschen bei islamistisch motivierten Terroranschlägen, ja, zeigt mir jetzt einen rechtsextrem motivierten Terroranschlag oder anderweitig motivierter Terroranschlag, ja, vielleicht gibt es ja auch irgendwelche jüdisch oder christlich oder hinduistisch motivierten Terroranschläge mit demselben Tathergang, da wäre ich gespannt. Und die Ziele, ja, wahllos Menschen, wer will wahllos Menschen töten? Zum Beispiel jetzt, es könnte auch irgendwie mit einem Klankrieg zusammenhängen, ja, aber dann wäre der Tatort wahrscheinlich eher ein Shisha-Café und die Opfer, anhand der Opfer könnte man dann eindeutig sagen, ja, das sind hier, das ist im Rahmen eines Klankriegs. Oder jetzt, wir hatten das, ja, eine quasi Hinrichtung, regelrechte Hinrichtung am Frankfurter Hauptbahnhof, ja, ein Konflikt zwischen Kurden, Blutrache, ja, einer wurde in der Türkei auf einem Erdbeerfeld ermordet, ja, und jetzt wurde eben der mutmaßliche Mörder, ja, selbst hingerichtet von einem Familienmitglied des Ermordeten mitten am Frankfurter Hauptbahnhof. Da sehen wir auch eindeutig kein islamistischer Hintergrund, man sieht es, da ist diese Blutfäde der Hintergrund und man kann einen islamistischen Hintergrund ausschließen. Das sind bereits genügend Informationen, wo ich natürlich jetzt nicht sagen kann, es ist hundertprozentig so, ja, aber wo ich sagen kann, anhand der bislang bekannten Informationen können wir stark davon ausgehen, dass es sich höchstwahrscheinlich um einen islamistischen Anschlag handelt. Messerangriffe sind ein großes Problem, um das sich die Politik ja auch bereits begonnen hat zu kümmern. Genau, darüber gibt es gerade viele Diskussionen um ein Verbot von Messern. Genau, die Politik hat jetzt nach hunderten Messerattacken, ja, und täglichen Messerattacken, Anschlägen, ja, hat die Politik sich, hat die Politik endlich angefangen, sich drum zu kümmern. Ja, Gott sei Dank, ja, guten Morgen, Politik, vielen Dank, politische Elite, dass ihr euch jetzt, ja, nach hunderten Messerattacken angefangen habt zu kümmern, indem ihr anfängt, politische Diskussionen zu führen. Hm, ja, hm, was könnten wir machen? Wie wäre es mit einer, ja, rassismusfreien Messerverbotszone? Ja, wir verbieten einfach in diesem Raum, da darf keiner ein Messer dabei haben. Ja, oder wie jetzt auch kam von Feser, ah, bislang war es zwölf Zentimeter Klinge. So, jetzt kürzen wir es auf zehn Zentimeter. Ab jetzt nur zehn Zentimeter Messerklinge und dann ist alles gut. Ja, man kann, man kann ja keinen Menschen mit einem zehn Zentimeter Messer töten. Ja, als ob man einen Menschen noch, wenn man gezielt den Hals sticht, ja, dann kann man einen Menschen mit einem Bleistift töten, geschweige denn mit einem zehn Zentimeter Messer. Aber, ja, die gute Politik, ja, und das sagt natürlich der ARD-Terrorexperte, ja, seinen politischen Vorgesetzten, Ja, beruhigt euch Leute, ARD-Zuschauer, unsere politischen Führer haben bereits begonnen, sich um das Problem zu kümmern. Keine Sorge, ja, wir brauchen hier keine AfD-Opposition, keine rechten Influencer. Wir kümmern uns drum, mit Messerverbotszonen bekommen wir das ganze Problem, das ganze Messerproblem in den Griff, ja. Also so versuchen die, die, ja, von GZ bezahlten Terrorexperten der Öffentlich-Rechtlichen, ja, die Bundesregierung, die politisch Verantwortlichen in den Schutz zu nehmen, ja, und die dumme Bevölkerung zu beruhigen, ja, dass die Politik sich schon drum kümmert, keine Sorge. Wir haben diese Messerverbotszonen schon längst, sie haben bislang nicht geholfen und ratet mal, sie werden auch in Zukunft nicht helfen. Erschreckend fand ich auch diese Beobachtung und die steht für mich sinnbildlich für diesen ganzen Irrsinn, diesen ganzen Wahnsinn, den wir anhand solcher Anschläge immer wieder erleben können. Nämlich, als dann Reul zum Tatort kommt, sehen wir im Hintergrund lachende, lachende Migranten. Wir kommen bei den Familienangehörigen, bei den Angehörigen der Verletzten und man kann jetzt noch beten, dass die... Und ja, ich will jetzt nicht sagen, dass er sich jetzt gezielt über die Opfer lustig gemacht hat und so weiter, aber diese ganze Szene hier, ja, wo dann solche jungen Migranten lachend im Hintergrund stehen, ja, während so ein Anschlag da passiert ist, ich finde, das symbolisiert auch diese ganze absurde Situation. Ich werde die Situation weiter sorgfältig beobachten und dann wahrscheinlich Anfang der Woche ein Livestream dazu machen und euch auf dem Laufenden halten, denn wir sehen in der Medienberichterstattung fehlen so einige wichtige Details und auf die Einschätzungen der Terrorexperten können wir gut verzichten, denn das sind keine sachlichen, neutralen Einschätzungen von Experten, sondern Manipulationsversuche und einfach nur Versuche, die wahren Hintergründe, Beweggründe, Ursachen dieses Problems zu verschleiern, euch für dumm zu verkaufen und euch zu beruhigen. Wer mich in meiner Aufklärungsarbeit unterstützen will, schaut in der Videobeschreibung nach. Meine Aufklärungsarbeit ist von eurer Unterstützung abhängig. Ich bin jedem Unterstützer sehr, sehr dankbar. Teilt das Video, liked es, kommentiert es. Mein Kanal ist nicht monetarisiert, daher bin ich sehr stark darauf angewiesen, auf euer Teilen und auf eure Verbreitung. Vielen, vielen Dank. Teilt das mit so vielen Leuten wie möglich, damit die Leute auch mitbekommen, was hier los ist und damit die Leute natürlich mitbekommen, was hier verschwiegen wird und etwas über die wahren Hintergründe erfahren. Sobald es mehr Informationen gibt, werde ich euch auf dem Laufenden halten. Vielen Dank fürs Zusehen und für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal.